So, so. Dazu brauche ich aber ganz viel Ruhe. Ich liebe auch kurz die Musik raus. Ja, genau so. Das ist super. Ich mache kurz ein Video und wenn ich mich umdrehe, rastet ihr aus. Könnt ihr das? Probieren wir mal. Ausrasten! So, das war Unheilig und der Dark Tenor auf Zeitreise in Dresden. Heute Abend am Bass Ilja, Felix an der Gitarre, Basti am Schlagzeug, Eric am Keyboard. Dann haben wir natürlich Henning am Keyboard, wir haben Linky an der Gitarre und Basti am Schlagzeug. Mein Name ist The Dark Tenor und guck mal, wer noch gekommen ist. Dresden! Der Gitarre und Abbott. Dresden! 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 Super, gut. Also, achso, wir machen noch ein Foto, Chrissi, Entschuldigung, ja, ja, diese ganze Social Media Zeit, das ist, ich entschuldige mich jetzt schon dafür, hier, nicht einfach gehen, wir können auch nicht einfach gehen, wir müssen auch arbeiten, nein, gut, so, Hände hoch, Dresden! Ja, diese Funde, es geht einfach auch bei Facebook und Instagram, sie sind sehr lustig, so, eins, zwei, drei! Dankeschön, Dresden! Bravo, ey!